es ist wieder zeit sich schick zu machen es ist wieder zeit sich in schade zu werfen herzlich willkommen auf meinem kanal heute ein let's show diablo hellfire eine kurze einführung in dieses super toll spiel hellfire ist die erweiterung von diablo was 1997 erschienen ist die erweiterung ist dann im gleichen jahr noch im dezember rausgekommen diablo im januar und hellfire dann im dezember allerdings wurde diablo hellfire nicht von blizzard selbst entwickelt sondern von synergistic software was zur sierra online gruppe gehörte die standen wohl ziemlich unter zeitdruck weswegen charaktere nicht fertig geworden sind die story nicht in diablo reinpasst man merkt dass vier auf der strecke geblieben ist die meinung über hellfire sind gespalten und meine meinung ist ich finde es ziemlich gut weil wir neue charaktere haben einen offiziellen den mönch und zwei inoffizielle den barbaren und die badin was auch sehr vielen aufgestoßen ist ist der fehlende mehrspieler modus den konnte man allerdings auch freischalten über eine gehackte dll und das haben wir dann auf netzwerk partys auch entsprechend gemacht und haben da fleißig miteinander monster verkloppt das ginge nur im lan und nicht im bettelnet von blizzard was natürlich dann auch ein manko war bei 97 98 für mich hat das noch keine rolle gespielt damals es kam erst mit dem nächsten diablo hellfire hat zwei neue dungeon bereiche mit jeweils vier leveln einmal the hive und einmal die krypta auch einige neue monster runen kommen dazu neue zaubersprüche zehn neue zaubersprüche waren das über 20 neue monster typen viele unique items und ein paar neue item typen sechs neue quests dann gab es noch öle runen die als fallen gesetzt werden konnten ja gucken wir mal rein ein kurzer überblick ich habe hier wie ihr seht zehn gameplayer multiplayer beides zur verfügung multiplayer funktioniert nicht kann ich euch gleich sagen weil nur im lan und die gog version die hat so ein eigenes bettelnet und da funktioniert das erst gar nicht gucken wir uns den single player an wir haben hier die alten bekannten charaktere den warrior rogue sorcerer und zusätzlich eben monk bard und barbarian wir sehen zum beispiel der barbarian ist voll auf stärke gegangen die magic hat er null die baden kann alles so ein bisschen aber nichts wirklich ist dann noch ein bisschen ausgeglichener als rogue rogue sehen hat nicht so stark magic dafür mehr dexterity die hatten ja alle ihre besonderheiten der warrior konnte sachen reparieren rogue konnte feiern entschärfen sorcerer konnte zauberstäbe aufladen der monk weiß ich jetzt gar nicht der barde kann sachen identifizieren was ziemlich krass ist und ich glaube der barbarian kann in rage gehen aber barbar und barden haben beide entsprechend die bilder nur von dem warrior und der rogue bekommen weil die charaktere eben auch nicht ausgearbeitet waren deswegen nehmen wir jetzt einfach mal kurz den monk um einfach eine kurze übersicht zu kriegen den nennen wir auch einfach monk so wir können auf verschiedenen schwierigkeitsgraden spielen ich weiß gar nicht ob man da ein bestimmtes level haben muss für keine ahnung hier haben wir einen monk fangen wir einfach mal mit dem menü an wir haben den charakter das charaktermenü das eine ist die klasse das andere der name ich weiß jetzt gar nicht welches weil ich dumm genug war beides genauso zu benennen unser level die erfahrung die wir gesammelt haben und ab wann wir den nächsten level erreichen dann unsere anzahl an gold guter tipp für mich dass ich das sehe dass da das gold steht ich gucke nämlich immer im inventar nach dann die basisattribute stärke magie dexterity und vitality stärke steigert den schaden den man macht mit mehr magic kann man andere bücher benutzen mit magic steigt das mana mit dexterity steigt die treffer wahrscheinlichkeit und mit vitality natürlich die lebensenergie und dann hat man hier noch die points to distribute wenn man ein level aufgestiegen ist dann stehen da entsprechend punkte drin und wenn man mehrere level aufgestiegen ist und die noch nicht verteilt hat sammeln die sich da dann haben wir hier das momentane leben und die momentane mana und das maximum mana und maximum leben armor class wie gut man getroffen wird je nachdem was man an rüstung trägt steigt das entsprechend damage ist was man selbst anrichtet to hit die chance jemanden zu treffen und dann gibt es noch die resistenzen gegen magic fire und lightning die man natürlich auch möglichst hoch bringen sollte dann haben wir hier noch unser inventar wir können einen helm tragen wir können eine rüstung tragen wir können eine zweihändige waffe tragen oder weiß ich gar nicht ob wir zwei einhändige tragen können ansonsten können wir auch noch eine einhändige waffe und ein schild tragen dann haben wir hier irgendwas für den hals ein necklace also eine kette heizkette und zwei ringe können wir tragen und im inventar können wir alles mögliche sammeln haben wir hier auch unser geld geld stack bis 5000 gold pieces und danach wird ein neuer haufen aufgemacht genau hier unten haben wir noch unsere schnell ladeleiste die wir auch über die zahlen von 1 bis 8 ansteuern können um schnell tränke zu uns zu nehmen und das sehen wir hier 1 und dann haben wir hier zum beispiel die 8 soviel zum inventar hier haben wir noch unser questblock da ist jetzt natürlich noch nichts drin und hier haben wir unsere ganzen sind zaubersprüche da ist natürlich bei dem auch kaum was drin der hat ein search skill ok der kann eben gucken ob bestimmte sachen irgendwo hier rumliegen und eine automap die im dungeon zur verfügung steht mit menü kommen wir wieder raus ihr könnt es abspeichern wir können optionen einstellen zum beispiel musik den sound runter stellen gamma level hoch gleich ja das seht ihr auch ok jog ist die neue funktion entweder walk oder jog damit man sich ein bisschen schneller bewegt durchs dorf ansonsten ist da nichts und so rennen wir nämlich zum beispiel so dann haben wir hier verschiedene figuren wir sind nämlich in tristam hier ist kane die elder bei dem können wir sachen identifizieren lassen den werten pipin den heiler der uns seit hellfire auch automatisch heilt wenn wir hingehen bei diablo mussten wir dann immer noch anklicken bitte heil uns und er verkauft uns potions of healing und potions of rejuvenation das heilt dann sowohl mana als auch lebensenergie oder scrolls of healing können wir auch entsprechend damit anlernen dann haben wir hier unseren blacksmith der uns einerseits die ganz normalen items verkauft die nicht verzaubert sind und das ist rüstung und waffen und andererseits auch premium items das sind dann die verzauberten sachen die natürlich dann entsprechend deutlich teurer sein können das ist hier also noch recht günstig aber es gibt dann auch schon mal so ein 20.000 ja außerdem repariert er uns sachen und wir können hier auch waffen verkaufen aber allerdings nur den haben wir hier noch den tavern owner der uns irgendwelche quests gibt genauso die barmaid wobei nicht wirklich quests gibt sondern uns darüber erzählt hier hinten haben wir noch irgendwelche eingänge so hier wird bei dem können wir auch später eine quest abholen und dann haben wir noch adria so hier ist zum beispiel der eingang zu high da müssen wir jetzt level 15 sein für adria die verkauft uns alles mögliche an mana potions scrolls und auch books und stuffs hier können wir auch unsere stuffs wieder aufladen und entsprechende gegenstände die wir hier kaufen können 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 wir auch wieder verkaufen hier hinten haben wir noch kühe und hier gibt es dann die cowquest das war tristan und ansonsten geht es hier runter in den dungeon und da würde man dann entsprechend anfangen aber das ist teil eines anderen let's plays und bis dahin schaut einfach nochmal soviel zu diablo hellfire dann schaut gleich ins nächste video wo diablo hellfire entsprechend im display ist also macht's gut bis zum nächsten mal ciao